Nach den Inbetriebssätzen der Elektroanlage überprüfe ich zur Sicherheit die Spannung an den Eingangsklemmen als auch am Ableiter. Und von der Anvertrautung her, der Ableiter sitzt nahe an den Einspeiseklemmen. Es ist ein kurzer Weg zur Anvertrautung zum Ableiter, das ist sehr wichtig. Ein kurzer Weg zum BE-Leiter und er sitzt von der Energieflussrichtung als erstes Glied in der Kette der Verteilung, vor dem FE-Schutzschalter, vor den Sicherungsautomaten und vor den weiteren Einbaureiheneinbaugeräten. Nun zum roten Aufkleber. Wie bereits erwähnt, liegt der Verpackung ein kleiner roter Aufkleber bei. Dieser roter Aufkleber ist gedacht für Elektrofachkräfte, die später Prüfungen an der Anlage durchführen. Und dieser Aufkleber muss sichtbar in die Verteilung installiert bzw. aufgeklebt werden. Dort steht der Hinweis, Anlage mit Ableitern geschützt, bei Isolationsmessungen steckbares Oberteil abziehen. Und das geht nun so, das demonstriere ich Ihnen kurz, der Ableiter ist ja wie eingangs erwähnt modular aufgebaut und man kann für Prüfzwecke, wenn man dem Ableiter die Entriegelung durch die zwei, drei Tasten vornimmt, man drückt die einfach zusammen, die Entriegelung lösen und das Ableiterschutzmodul somit aus dem Sockel, aus dem Basisteil trennen. Das ist notwendig für Prüfzwecke, für Prüfzwecke werden dann alle diese Schutzmodule getrennt und es können somit Isolationsmessungen durchgeführt werden. Sie sehen hier am Ableiter nach vorne ist ein Sichtkontrollfenster. Solange hier die grüne Farbe sichtbar ist, ist der Ableiter vollkommen in Ordnung und funktionsfähig. Würde die Farbe auf Rot wechseln, wäre ein Schutzmodul defekt und es kann hier auch wie bei der Prüfung gezogen und einzeln ausgetauscht werden. Man muss aber hierzu erwähnen, der Ableiter kann sehr, sehr viele Ableitvorgänge leisten. Aus Alterungsgründen kann es aber passieren, dass der Ableiter sich vom Netz trennt und die Farbe vom Grün auf Rot wechselt, dann muss der Ableiter getauscht werden. Das passiert meist nach langer Zeit, meist nach vielen Jahren. Die Ableiter sind über viele Jahre meistens in Betrieb der Elektroanlage. Jedoch aus diesem Grund empfiehlt es sich ab und zu eine Sichtprüfung in der Elektroverteilung durchzuführen und nachzusehen, wie der Zustand des Ableiters ist, ob unter Umständen hier ein Tausch unternommen werden muss. Ansonsten ist der Ableiter Typ 2 Dengard MTT jedoch vollkommen wartungsfrei.